Ja, hallo Leute, ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, Leute, ich kann es gar nicht fassen, wie glücklich und aufgeregt und so weiter ich gerade bin. Denn dieses kleine Ding hier, das ist die Zoom Q8 und das kleine Ding hier ist die neue Ära auf diesem Kanal. Denn mit dieser Kamera hier werden ab jetzt die neuen Videos gefilmt und ich bin gespannt, was damit genau passiert, wie es sich anfühlt, mit dieser Kamera zu filmen, wie es damit aussieht und so weiter. Ich habe natürlich auch ein Auspack-Video von der Kamera gemacht. Das findet ihr in meinem Kanal hier unten in der Videobeschreibung und auch hier irgendwo, dort könnt ihr euch dieses Auspack-Video dann anschauen. Ich bin gespannt, wie es mit dieser Kamera aussieht und ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr auch gespannt seid, wie es mit dieser Kamera nun weitergeht auf meinem Kanal. Ich freue mich schon auf das Film und ja, das wollte ich euch nur mal gesagt haben und deswegen beende ich jetzt dieses Video hier. Also vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!